Hallo zusammen, Streicherklassenrepp ist heute angesagt. Stampfen, die Viertel, das ist dann so ein Tempo. Parallel dazu schlagen wir mit den Händen und sprechenden Text. Viel Spaß! Eins, zwei, drei, vier, wieder ein Ball schlägt die Stunde und es klingt Musik in großer Wunde. Streicher sind wir aus der zweiten Klasse. Was wir spielen, hebt sich ab von der Maße. Hören wir uns nun die tiefen Streicher an. Und im Anschluss dann sind die Hohen dran. Bässe, Chili, Braten, Geigen. Alle gemeinsam können sich zeigen, ob ein Solo klingt, wenn es wohl gelingt. Erster ist ein Cellist. Geiger hinterher. Kommt da was? Bitte sehr. Nun die letzten Zeilen vom Streicherklassenrepp. Und hat's euch gefallen, denn so schickt uns einen Klapp. Viel Spaß! Ruhe, adel Ich. Wild' Juli Cohen. columns Won-